Es ist ein ganz tiefer Einblick in eine sehr, sehr enge Beziehung. Ja, man merkt es an Haaren der Viktoria im Säuglingsalter, man merkt es an Teilen ihres Hochzeitskleiders der Hochzeit mit Prinz Albert 1837, man merkt es an Korrespondenzen und Briefen, aber auch, wie ich finde, meisterlichen Zeichnungen der jungen Viktoria. Wir werden viele Telefone haben, wir werden Interesse im Saal haben. Das Estimate beginnt mit 30.000 Euro und wir werden sehen, wie sehr dieses Album geschätzt wird. Von unseren Kunden in Berlin, in Deutschland, aber natürlich auch in England und der Welt. The President of the United States, Donald J. Trump. The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. This is an historic moment from which there can be no turning back. The West does not necessarily have the best terms in Williamsburg, which there can be medical options in Washington around China. without the connection between us and Ali's the Kurdistaner riskowal,